ihr freunde was geht ab zu einer folge von rosen die den bilan hier haben die letzten folge von waren hat die priorität glaubt mir mein freund im netz in der letzten folge probieren einen schatz dazu holen hast du auch nichts vergessen der hier mit diesen feuern so und man muss einfach die numen die ganze und einfach einen anzünden dann mit der dann zu diesem einen pult er hingehen und dann hat man es bekommen das verkaufen auch und zwar mir dann die münze bekommen auch das ist ein aufwendiges gescheitert die ausliegt bei den bekäften er hat die münzen käme noch um den siebten Teil und hier haben die bekommen goldene in der stadt und stunden der Kürbis und ich bekommen auch wie kommst du denn an so ein stück mit ihr ist mit zwei nicht gut dann über 4 und nach die wir haben kein fisch er noch nicht dass die ausgültige direkt tun kann man ich bin gespannt auf die nächsten zutaten wir rollen mal ein bisschen hier auf so speicher nochmal und dann würde ich sagen wir gehen zum frithof wir müssen hier hoch ich bin gespannt ich bin gespannt viel glück da geht es wahrscheinlich lang nur ganz gut hier unten Oh, die Zieger! Aha! Man kennt die! Ich hab das... Was ist das denn jetzt? Das Sägewerk! Ist hier das Ding ins Trin? Ah, ich hab ein Berg! Ich weiß es nicht. Ist das sehr öffnen? Oh mein Gott! 2 Wild Nehmen wir mal mit Miene Scharfschutz und Munition Ein Gestaltfragment Was ist das in Rabe oder hat jemand geschrien? Ich bin mir sicher Was ist das? Ah! Pai, oh mein! Bro, das ist gut! und die Möden die Führung die Schöne die und die Klinik die um die die um ein Gott als er ohne die die Klinik Natürlich geht er daran Okay, kann klettern Das ist alles gekocht Hier ist eine Mine, ich weiß sie auch noch Was ist da unten? Ey, noch einen Ich mach' noch einmal Speedbang Komm, meine Mine Die geht nicht hoch Oh 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 Ich habe einen Schiff. Ich habe einen Schiff. Alter, Waffenkampf Let's go, Alter. Alter. Ich muss ja raus. Ich bin ganz viel wild. Ich müsste zu kommen. Okay, ich hab immer was verpasst. Ja, oder? Ja, jetzt, Schatz. Ist der hier? Das ist hier, glaube ich. Ich hab hier so viele Sachen bekommen. Okay, haben wir ja. Schaut uns an, wenn es ausfallen. Jo, fast. Okay, aber wir haben was übersehen in dem Raum. Das ist aber auch kein kleiner Raum. Das heißt, wir müssen hier 10 Jahre suchen. Scheiße, okay. Wir haben was gefunden. Scheiße, okay. Wir haben jetzt das Warten. Ja, perfekt, danke. Wir haben ja einen Schatz. Hier ist der Geld. Das war ja... Einfacher Schatz. Schießpulver. Schießpulver. Blinden-Munition. 46-Line. Entriegelt. Kommen gut voran, glaube ich. Okay, das war das Haus schon. Ja, wir haben ja was übersehen wieder. Das heißt, ich muss ein Shop. Das war gar nichts. Das war nur wegen dem Schatz hier. Ich hab' mit. Ich gehe in dem Moment mal mal was zu passieren. Da ist unten... Kristall. Ah, ne da ist aber was. Da ist aber... Da ist doch sie. Wo ist das? Jo... Da bin ich auch. Alles blau. Alles schön blau. Ich bin schon wieder wunderschön. Ich bin schon wieder wunderschön. tja wenn sie kaum heraus oder leute von der mensch von uns ich hoffe ja sehr schön der sachen kommt dann müssen wir mal kurz im jub auf jeden fall bevor wir dann in die fabrik reingehen ich ja auch bald es will ich 8000 folgen hätte natürlich auswendig aber gerne so wir ein paar sachen zu verkaufen 3000 dann macht es einfach weniger wie kommst du denn an so ein schmuckstück danke dann will ich mal das würde ich auch ein weiteres mal essen hier fehlt uns noch ein fisch, wir haben schon wieder keinen fisch weiter so ok ja ich kann doch schon mal verkaufen oder? wir brauchen gar nichts oder? ja es hat die lüge ja danke das wird auch nicht mal weg das wird ein fest mal wer suchst du nach etwas bestimmtem? wir können noch paar Waffen aufbessern damit wir verkult wir können einfach die aufbessern die ist sehr stark nice die hat voll verbessert ähm wir können noch ein bisschen aufbessern mit vergnügen so eine einfache modifikation ist sofort erledigt perfekt hauen sie rinden in die gute flugel danke für deine treue also beleidig ich muss noch etwas gucken das war ich hab wir können noch ein bisschen Munition kaufen so jetzt jetzt sind wir mal fertig mein Lieber die speichern nochmal so ich würde jetzt jetzt geht es glaube ich ab ins 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 gemetzel gemetzel für mir achso stimmt da stand ja die ziege trau wir fachlich fische jagen glaube ich ne ich hab auch erzählt ah ich kann mir so eine hebelbrücke wir haben die zu kurven wir müssen jetzt zur anderen Seite gehen ok alright alright die nachwertung hey wir haben die rausgekommen hier haben wir noch gar nicht ne oder wieder ein Schatz ok was hier denn hier bin wieder ab ok das geht es ja auch mutter oh mein gott wo kommst du denn her alter nicht dann einfach aus dem nix nah weg Ich habe ein Diener Lider. das ist noch jemand auch nicht nur so komische geräusche aua what the fuck die doch schon vorgeschützt und darunter ja wohl auch nicht heute ordentlich gerade verballert Oh oh, sieht aus ob die gleiche Pets kommen weil hier die zu siebfächer und so, das heißt nix gut ist der schatz ist hier Weg mit dem scheiß Pfeil Ah, überlebt Wo ist der schatz? Schatz, unter der feste Ob der ist hier gar nicht rum, oder? Ich hoffe nicht Hallo, wie geht das nochmal? Ok, man kann, doch hier Hallo Egal Ich hab jetzt unter und irgendwo, ne Schatz Boah, es ist so, es ist so heiß, ich glaub's nicht, ne? Ist auch so wider, ich zocken eigentlich Wie krieg ich dieses Tor auf? Wieso sind hier so viele Explosivfächer? Das heißt nix gut, dass ich sag's euch Komm gleich irgendwas Irgendwas fettes Ich weiß nicht, lass mich das Aber ich weiß nicht, was ich tossier mich, über die Abonniere mich beim schlafen Ich weiß, was ich obst! dein Kind Und 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 alle jünger alle ich habe mit der Pistole gearbeitet ich habe Ich hätte die Liga geholfen. Ich habe das nicht so gut. Aber ich habe es nicht so gut. Aber ich habe es nicht so gut. Ich habe auch noch geballert, dass die die Leiter hochwerten können. Oh mein Gott! Komm mal da rüber. Oh hallo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier ist er auf? Ja. Na, ich bleib den Schatz nicht. Aber es ist schon riesig. Geschäß damit. 1, fehlen noch. Zwei Schätze anscheinend. Lohm ist aber noch. Festung. Das ist schon ein Räger. Das ist schon ein Räger. Das ist schon ein Räger. wird die shoppen sehr viel da jetzt kann der gesamte und schützt geht alles hin da ist die treppe geburt das muss ja nest sein Oh mein Gott. Klinik bei ihr kommt nicht hoch aber es war sich für die Spiegel und Buchschmerzen erlich ich will das nicht so gut er hat gehört der Wurst von Kutu Ich bin so gut, dass die mit neben mir keinen Schaden machen. Oh nein. Oh Gott. Was hier alles umliegt. Ich habe mich gerade angreifen, ich habe das jetzt gesehen. Aller Jungs reicht doch. Ja, was passiert denn hier in meinem Aufgrund? Oh. Warte ich, ja, ich bin nie bei Hochbettern. Los, großer. Nein, nicht du. Ich bin nicht. Hier kommt noch einer. Scheiße. Da wäre ein Rohrbombe, der hier ist ein Tausendstück aufeinander. Wir haben den großen, oder? Ja. Ey, Jungs, ich weiß nicht, was hier abgeht. 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 Okay, okay, okay. Ich weiß nicht. weiter ich komme noch mehr, ich muss hier kommen ich komme noch nicht weg es wäre dann halt die farm, wenn wir noch nicht kommen dann kommt der von hier tut und so Wir sind weg. Ich schreit da schon wieder so rum. Ich schreit da schon wieder so rum. Fress die Fresse einfach die ganzen Typen. Schockert die Drohne. Geil, Mann. Da bin ich in A2 noch. A2 bekommen wir ja wirklich sehr selten im Spiel. Okay. Speicherpunkten. Tür nochmal hoch. Hier geht der runter. Hier oben, ne? Ne, war kurz die Kabel, oder? Also die Kabel. Oh, ich komme nicht wieder zurück. Ich würde sagen, wir machen die Schlussfolgerung ohne Pause. Also das Spiel ist so anscheinend. Wie ist es so heiß? Oh, wie lange geht das denn hier? Okay. Ja, Leute, aber ich würde sagen, wir sehen uns. Oh, ich würde sagen, wir sehen uns. Dann fassen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Habt schon einen schönen Tag. Und adios.